Und letztens habe ich ein Pellchen zugehört, da meinte sie, außer nichts zu ihm, denk dran, du schuldest mir heute noch Sex. Und da wurde ich neugierig. Und ich mir dachte, wie bummst du dich denn ins Minus? Das ist die beste Schuld in der Welt. Und danach würde ich auf jeden Fall sagen, ich habe Schulden, lass meine Gerichtsvollzieher kommen. Lass mir mal kommen, ich nehme Dispo, ist mir egal. Das ist die beste Schuld in der Welt, das fand ich gut.